hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die machen ticket und heute beispiel art of conquest das haben wir gestern schon mal gespielt dann vollbild wo ist der ladebalken ich brauche mal die tür zu da ist ja eine lade bei dann geht es jetzt mal los wie immer bearbeiten wir erstmal die ganzen roten punkte eine beförderung ich wurde befördert das nicht gut und da ist alles einzeln jawohl jawohl ja geschickt einsammeln und hier etwas umsonst ne die truhe da oben lässt sich nicht öffnen dann d oder dann und hier war ich glaube wow das ist das ist Krieg ich auch nicht, na dann, hmmm, was haben wir jetzt noch, okay, ein neues Haus, sechs Minuten, Schnellbau, äh, das ist auch neu, geht auch Schnellbau, also zehn Minuten, ich glaube jetzt müssen wir mal gucken, 18, 18, vier Minuten, dann bauen wir das doch, ne, 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 machen wir mal das auch mal schnell fertig, das machen wir auch schnell fertig, der war 18 und auch 18, und der ist ne Stunde, dann werden wir erst Dinge nehmen, geht auch schnell, oh, nice, nice, der auch, heute ist ein schneller Tag, oh, der nicht, schade, aber ich glaube, auch so viel erwartet, jetzt werde ich erst zu der Spinne gehen, die ich gestern nicht besiegt aber, angreifff, das werden wir nehmen das sind zu wenig hier ich glaub die auch gut, wir machen das so kämpf mal da die hier unten schwächer sind muss ich hier den ganzen zauber und so nutzen das die das sieht doch nice aus die 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 Erstmal alles einsammeln. Warte, da war noch was. Das war alles Götze. Das war's Götze. Achte Nebelregion, also drei fehlen noch. Eine Dungeon. Oh, das war ein Weltboss. Letztes Mal habe ich den Weg nach oben freigekauft, damit ich die Quest fertig habe. Aber ich hatte noch nicht gekämpft, also ungerkundet. Das werden wir jetzt mal schnell machen. Okay. Kämpfe. Ich wollte nicht wieder einen Zauber benutzen. Ich nehme das ganze Holz mit. Wir rennen hier rüber. Oh. 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 Und dann kommen noch Level 1. Level 1. Kämpfen. Okay. Oh. Die PGS-ten? Ok. Oh, verletzt. Jetzt muss ich erst mal ins Krankenhaus. Ah ne, erst mal hier die Sachen noch einsammeln. Krankenhaus. Und alle geheilt. Wollte gerade sagen, wieder repariert. Oh, sechs Minuten warten. Eine Stunde schnell. Na, das ist doch nice. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Geht das nicht schnell oder geht das schnell? Was ist heute los? Warum kann ich alles so schnell fertigen? Das ist mal richtig nice heute. Gestern ging es ungefähr nur 10 Minuten und heute für eine ganze Stunde. Oh? Ich bin so ein bisschen sprachlos gerade. Habe ich etwas benutzt, womit ich alles schneller bauen kann? Oder mache ich irgendwas falsch? Das war's für heute. Ah, kein Holz mehr. Gut, dann müssen wir mal los. Ein bisschen Holz sammeln. Wie geht's denn meine anderen Helden? Eine Minute noch? Ne, welchen gibt's denn hier noch? Gut. So. Es gibt noch genug Helden. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Angriff. Plus drei. Plus vier. Plus drei. Plus vier. Plus zwei. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dann nehmen wir so einen Z-Boni. Also, wir nehmen eine Minute. Ja! Video? Video? Ja! Ja! Da-da! Sex, Sex Warte mal, der eine. Gut, nehmen wir den. Ähm, der war... Nein. Die Gegenstände waren alle bei der Frau. War der hier. Hm, ich dachte, der wäre alle hier. Gut, 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 gut. Da. Oh. Ich habe kein Holz. Kein Holz. Ich brauche Holz. Holz, Holz, Holz. Gut, was hier so viel Holz ist. Gut, was hier so viel Holz ist. Okay. Dann schauen wir, was passiert. Neuer Zauber. Benutzen wir mal. Äh. Ja. 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 Long live. Silver ring. Ja. Haben wir hier wieder Holz. Holz, 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 Holz. Holz. Was haben wir hier? Was ist das? Besser, wenn sie darstellen. Und die, das werde ich gewinnen. Oh, er beschwört Level 3 an. Die kleinen süßen Waschbären sind wieder da. Okay. 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 Dann war die noch dahin. Komm, wir setzen jetzt mal die Magierin ein. Ach, die können sogar durch den Eis schießen. Okay. 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 was gibt es denn hier ich triff ich möchte mal in level 1er loswerden so Ich bin ein bisschen. Für Silverwing! Gotta find another way! Meh, scheiße. Men, show them the will of Silverwing! ja ich hab die waschbären zerstört und es gibt wieder holz die nächste waschbären mal gucken um Ähm... Nein... Dann, show them the will of silverwing! Long live silverwing! Jaaaa... Keiner tot. Ich hab nur Verletzte. Aber ich will doch Tote haben. Ich hab nur Verletzte. Ich hab nur Verletzte. Ich bin der Bruder. Ich bin der Bruder. Hm. Ich bin der Bruder! Keine Mara mehr? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, so Die sind ganz schön zerstört worden, würde ich mal so sagen. Nein, die sind ganz schön zerstört worden. Und Unterstützung. So, so... Launchers, attack! Alles zerstört. Gut. Und ich habe mal wieder nur Verletzte. Schauen wir mal nach. Gedrückt halten, okay. Das Gebäude bauen. Eine Stunde, sechs Minuten. Fertig. Die Kaserne bauen. 30 Holzfilmen. 30 Holz... Fähigkeiten. Fangen wir oben an. Eins. Okay. Okay. Das war's dann auch schon. Da noch eine Quest fertig. Ähm... Da wieder ausgehen. Das ist gut. Ich habe mal ein... Ich habe mal ein... Mit dem Moment... Ehm... Ehm... Oh, schon. Zwei Holz nur? Ne, man wollte schon sagen. Ich glaube die zwei Holz waren bevor ich rausgegangen bin, habe ich hier nochmal draufgedrückt. Habe ich hier draufgedrückt und dann bin ich rausgegangen und das waren, glaube ich, die zwei Holz gewesen. 5000 brauche ich jetzt. Okay, dann geht es weiter. Oh, mein König da, der ist müde. Ah Mist, da muss ich jetzt zwei Armeen zurückrufen. Daneben war diese 12 und diese 8 Magier. Go. Go. Attack at once, my warriors! Hahaha! Let it all! As long as I'm here, victory is assured! Jawohl! Das ist doch schon mal gut! Oh oh! Gewinn in 20 Sekunden! Justice stand by my side. Play the little game. Und ich glaube diese noch. Für Silverwing! Chilly, ist es? Okay. 20 Sekunden schon mal nicht geschafft. Jetzt bist du? Hier ist mein Magik. 20 Sekunden. Das ist doch nochmal ne schöne Schlacht. Nein, ich wollte es doch gar nicht hin. Ah, okay. Holz. Hier muss ich hin. Leute, das hier ist die Gegend, die ich gesucht habe. Wir haben nur einen. Wir haben einen schönen E-Ges-Ges-Ges-Ges-Ges. I am the genius ice mage, Avril. Attack at once, my warriors! Ja, so! Jawoll! Das war eine schöne Taktik! Tick-Tack! Angriff! Tick-Tack! Spiel ein kleines Spiel! Attack at once, my warriors! Tick-Tack! Tick-Tack! Das ging doch mal richtig fix! Tick-Tack! 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 Oh, bei mir sind aber auch viele tot. Ne, alle verletzt nur. Meine Leute wollen einfach nicht sterben. Oh, schau mal, was ihr könnt. Und kein Toter, nur verletzt. Angreifen. Oh, ein feines Felschiff. Oh, ich habe auch schon mal verletzt. Oh, was ist das? Oh, was ist es? Oh, was ist das? Oh oh. Einerseits schlossen wir an. Ähm, dann nehmen wir jetzt mal... D und... Letze. Ne, das wird auch nichts... Dann verlassen wir das. Gut, ich würde mal sagen, das war es noch für heute. Die Niederlagen, die zwei, die waren zu viel. Dann die ganzen Leute heilen. Oh, Fertigkeit. Ging auch schnell. Ähm, ich muss noch die Burg bauen. Nein, da fehlt noch. 3000 Holz. Na gut, egal. Ich würde mal sagen, das war es für heute. Ich werde jetzt hier das Spiel verlassen. Bestätigen. Dann sag ich mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.